Hallo meine Freunde, vielen Dank für die Bankschöne und ab Keller, neues. Wer darf am Black Friday die erste Lightning überhaupt nicht ziehen, Röntchen. Ja meine Freunde, I'm back. Noch nicht so ganz, aber wir sind wieder zurück, ja. Der kleine Kacka ist zu Hause, ich werde darauf nicht näher eingehen. Vielleicht im Dual Stream am Friday, ja. Oder Broski, wie sehen Sie das? Sind Sie am Freitag hier? Machen wir einen Dual Stream? Spricht das gerade für mich, dass ich mich bei kleiner Kacka erst angesprochen gefühlt habe? Achso, ja gut. Ah, war ein bisschen... Ich dachte, du sagst sowas wie, der kleine Kacka ist heute mit am Start oder so. Ja, auch. Nein, Freitag, Dual Stream, Boys. Das Stein ist back und wir haben Bock zum Black Friday. Feiern wir eine schöne Comeback-Party, habe ich gehört. Schallern wir rein, ja. Dafür haben wir uns was Nices, nie da gewesenes ausgedacht. Stein, die erzähl. Ja, es war nie da. Ja, Draft gegeneinander, das niedrigste, der darf die erste Lightning-Round nicht mitnehmen. Die erste Lightning-Round ever in FIFA 20. Zum Black Friday kommen ja immer die Lightning-Round. Gar nicht ziehen? Da rein. Die erste Lightning-Round darf es nicht ziehen, ne? Oder? Ich dachte, der erste Walk-Out abstoßen, oha. Nö, der erste Lightning-Round darf man nicht ziehen. Oha, Scheiße. Einfach, der muss, man muss zugucken und den anderen einfach anfeuern. Hä, erster Walk-Out? Erster Walk-Out hätte mich gar nicht gejuckt, aber nicht ziehen. Okay, das ist schon traurig. Okay. Der muss den anderen halt anfeuern, der ist halt nicht dabei, der ist halt nicht in der Band bei der ersten Lightning-Round, Freunde. Oha, da muss ich jetzt reinballern, Alter. Nö. Ich würde mich natürlich selber noch positive Wertung freuen. Ich weiß, in der letzten Zeit kamen jetzt einige Drafts, Freunde, aber anders war es nicht möglich. Ihr habt trotzdem übelst abgerissen hier. Vielen, vielen Dank dafür. Der normale Content-Videos wird jetzt wieder weitergehen, aber wir machen erstmal so weiter. Ich denke, 18 Uhr werden wir starten, ne, um den Dreh. Ja, das, äh, ne, ja. Ungefähr 18 Uhr. Um 13 Uhr werden wir schon live sein auf Twitch. Bis 17 Uhr die Weekly-League-Spiele daddeln. Ja, wir müssen wieder reinkommen in den Scheiß. Das Spiel ist lange nicht gezockt, aber anscheinend habe ich nicht so viel verpasst. Bin ich der Geilste. Von daher, gehen wir rein, oder? Wie sieht's aus? Ja, ne, ja, doch. Gehen wir rein. Habe ich noch einen Draft-Token, den ich hier einlösen kann? Oder ich habe noch acht Stück, Alter. Schade, ich habe keinen mehr. Draft-Glory. Okay, Formation. Ich habe gute Formation. Gute Formation? Ah, ich weiß nicht. Da brauche ich eine Icon. Ich weiß gerade auch nicht. Gehe ich auf die Observe, oder mache ich hier? Ach, komm, ich mache hier. Scheiß drauf. Einfach wegen Miros. Oh, hui. Nächst go. Nicht schlecht, nicht schlecht. Guter Start. Was für eine Formation hast du? Äh, 3-5-2, glaube ich. Ich habe 4-5-1. Kann man machen? Oh, ja, 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 ja. Gute Rating. Rating? Ja, ich habe tatsächlich 3-5-2. Oh, es könnte schlechter laufen bisher. Ja, wichtig, wichtig. Ja, ich schließe mich an. Rating ist da, Chemie ist da. Jetzt darf ich mich nur nicht wieder, äh, Chemie-mäßig, äh. Nimm ich Rating mit, oder gehe ich in Paypal? Let's go, Alter, let's go. Ein bisschen Risiko müssen wir gehen, Freunde. Sonst wird's zu langweil. Nice one. Ey, ich habe einen Trauma, ne? Wir nehmen übrigens heute an dem Tag aus, wo, äh, das Wüstenschnaps DraftBetal online gekommen ist. Könnt ihr gerne auf meinem Kanal abchecken. Hashtag Eigenwerbung. Und, äh, ich habe einen Trauma, ja? Ich muss was holen hier. Scheiße, war mal jetzt hier. Ja, das ist gute, gute Frage. Oh, jetzt eine Ikona. Das wäre so wichtig. Ah! War, glaube ich, nicht clever, dass ich den Move jetzt gemacht habe, aber ist egal. Ich muss auf, ich muss aufschwenden. Ich brauche die Chemie. Ich sage sie, wie es ist. Ich habe halt absolut Schmacht nach Pex, so. Äh, wäre halt schön, wenn man was mitnehmen könnte. Ich nehme mal den zum linken Boyz. Vielleicht ist der zum linken angenehmer. Hä? Spanien. Ah, es ist halt, also, ja, nee. Also jetzt gerade, das hat so gut angefangen. Jetzt gerade kriege ich wirklich nur Schmutz. Ja. Oh Gott. Was ist das denn? Zweite englische Liga sogar. Müssen wir so machen. Boah. Schön ist das nicht, ey. Schön ist das nicht. Meine erste. Ach, was ist das denn, Digga? Äh. Hä? Was gibt's los? Ich habe so einen Banger gekriegt am Anfang. Auf einmal nur noch Dreck. Ja. Ich kriege hier meinen bester Linksverteidiger, die zur Auswahl hat, 79. Boah. Meine erste Elf ist fertig. Die sieht jetzt vorne, hui, hinten, phui. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Och, gib doch einen Torwart aus einer vernünftigen... Das gibt's doch nicht. Lol. Hauptsache Keylor Navas habe ich als Real Madrid-Spieler bekommen. Nice, Mann. Ich hatte ihn auch gerade PSG. Ich spiele es zwei Monate draußen. Läuft. Ja, das sind so die... Guter, guter Patch. Ja, also meine erste Elf steht. Ich bin jetzt bei der Bank. Jo, ich auch. Ja, wichtig! Ich krieg Silber. Wichtig. Äh, äh. Äh, ich brauch Innenverteidigung, Digga. Der war wichtig, Alter. Der war sehr, sehr wichtig. Immerhin, Alter. Oh! Ja, ja, oh! Alter, scheiße! Ich muss Rating mitnehmen. Bruder, jetzt habe ich... Und jetzt habe ich Navas als Paris-Torwart gekriegt. Alles klar, Bruder. Ich muss gleich mal schauen, wie ich das mache. Ah, den muss ich jetzt mitnehmen. Okay, der war... Ich bräuchte mal ein Icon nochmal. Irgendwas. Ich brauch defensiv, ne? Also, Verteidigung ist bei mir absoluter Dreck. Hä, lol? Ist Bakayoko nicht auch von Chelsea weg? Ja, Monaco. Bakayoko ist bei Monaco. Ja, ich hab den als Chelsea-Spieler... Was ist das denn? Ja, egal. Nimm ich mit. Affat würde tatsächlich meine Chemie pushen. Einen kann ich mir da erlauben, hinten. Vor allem, er hat sogar auf dem Bild hat er sogar einen Monaco-Tecor an. Mann, Mann, Mann. Scheiße, ich brauch einen guten Kiefer. Ich spekuliere einfach, dass ich den noch bekomme. Geht und fällt gleich alles mit dem Torwart. Ich spekuliere einfach. Ich mache Spekulatius-Modus. Ich brauche... Ich muss als erstes gucken, was ich für einen Torwart kriege. Meine Verteidigung ist zu kacke und ich kriege auch keine gescheiten Spieler für die Dev, Alter. Generell... Generell komische Spieler jetzt mittlerweile. Alter, war der wichtig. Oder der weiß auch nicht. Okay. Ah? 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 Ich weiß nicht, ob der mir da was bringt. Keine Ahnung. Let's go. Komm schon. Oh, Harit. Harit. Meine Haustausch ist nicht gut. Also ich glaube, das sieht ganz gut aus. Also meine Innenverteidigung hatte zwar gar keinen Bock auf ihr Leben, aber... Meine Verteidigung ist Schmutz, Digga. Also wirklich Schmutz. Ach, euch gibt es ja auch noch. Ich glaube, ich bin gestrandet. Ich kriege jetzt nochmal Ver... Ja! Danke! Kennst du den Modus, wenn du denkst, du hast hinten La Liga gebaut, hast aber Premier League und freust dich vollkommen ohne Sinn. Nice. Bei dem Move war ich jetzt. Ich bin ja komplett lost. Ah, fuck. Na, kann passieren. Eine Woche das Spiel nicht offen gehabt. Ich kann das nicht mehr. Worum geht es hier eigentlich in dem Spiel? Kann mir das irgendjemanden tellen hier? Was muss man hier machen? Was muss man hier so tun in diesem Spiel? You have to zock. Boah, nehme ich die Eicke mit. Das bringt mir halt auch nichts. Dann habe ich glaube ich dann... Walla Wallas machen. Würdest du das was bringen? Nee, auch nichts bringen, oder? Nee. Ich bin ready. Ich habe gebaut. Und ich weiß nicht, ob das... Erfolgreich. Also, ich habe das Gefühl, es geht ins Stechen. Meinst du? Ich glaube nicht. Dafür bin ich zu lost hier gerade. Ach, Mann. Die Eicke, da habe ich zwei Außenverteidiger in der Innenverteidiger. Da kommt er nochmal. Oh, jetzt könnte ich hier natürlich... Es hört sich so traurig an, aber ich will EA Geld in den Rachen stecken. Ich habe Bock auf die ersten Lightning Round. Das wäre die erste Lightning Round von 20. Ich will mich halt schon echt nicht aussetzen, Alter. Mein Team steht auch, aber ich muss umbauen hier. Ah, aber ich hatte eigentlich echt gut Glück. Also, bis auf meine beiden Innenverteidiger, die Müll sind, ist es echt ein ziemlich nice draft geworden. Muss ich sagen. Es war aber auch nicht so anspruchsvoll zu bauen, weil ich gefühlt echt am Anfang nur Premier League gekriegt habe. So, Ehre-Vredger. Ich komme nicht hoch, glaube ich. Ah, das passiert nach so einer Geburt. Ich denke, ich kann nicht hier... Du bist nicht hier? Du, du kennst mich, ja? Ich bin nicht hier, tut mir ein. Ach, scheiße, Alter. Mir würde hier nichts einfallen. Ich habe mir hinten selber ins Bein geschossen, Alter. Ich dachte die ganze Zeit in der Liga, dann kriege ich zwei. Aber ich komme nicht nach vorne. Die Formation hier in der Mitte fangen einfach nur ab. Scheiße. Boah! Ja, kann ich noch irgendwas tun? Say what? Can I not... Can I not... Warte mal, ihr geht noch was? Kann ich Risiko machen? Oh, Dom, ja. Was, ja? Was ist das, ja? Äh, ja, ich kann Risiko. Ich mache Risiko, nigga. Ich mache Risiko. Ich muss Risiko. Ich muss irgendwo zwei Chemiepunkte herkriegen. Dann eventuell vielleicht stechen. I don't know. Ich gehe zum Manager. Ah! 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 I'm ready. Ich wusste nicht, ich habe zu viel. Ich bin erst spanische Liga, dann dachte ich, ich gehe auf Premier League. Es ist schlauer. Dann hinten habe ich wieder Spanien gefehlt. Also mein Draft ist nicht gut. Chemie? 100. Auch dein Rating? 88. Wir gehen ins Stechen. Fuck! Aber immerhin! Ich war bis gerade noch auf 187. Ich brauchte zwei Chemiepunkte. Die hat er gegönnt. Ja, gehen wir ins Stechen, Freunde. Ich bin nicht gut im Stechen. Deine Bilanz beim Packs spricht für dich. Apfel. 3, 2, 1, go. Oh! Ich will die 10, Mann! Ich war so lange nicht drin. Du hättest mir direkt eine Tafel geben können. Ikone? Was weiß ich denn? Sag! Monaco. Sag Rating! 79. Halb zwei und ich auch! Was? Ja! Wo nie? Ich dachte schon, ah, der ist so ruhig, vielleicht reicht das. Ja, dann noch eins. Mann! Was hast du? AS Rom habe ich. Jetzt musst du zuerst sagen. Ich habe 83er Pickford. 81er Mikletarian, Alter! Wie kannst du den Tafelspieler kriegen? Wie kannst du den Tafelspieler kriegen? Kriegt der einen Tafelspieler, Alter? Ich fasse es doch nicht. Ich habe sogar noch... Mkhitaryan mit seinem Schlafzimmerblick hier. Ich habe sogar noch seinen Everton Trikot, habe ich auch noch mit am Start. Schönes Ding! Ach, Mann, Alter! Ey, das ist wichtig. Ich habe echt Bock, Pexel zu ziehen, Mann. Ich habe die letzten vier Wochen auch gefühlt gar nichts gezogen, weil ja nichts kam. Es kam ja immer nur so 10 von 30k Pex oder so. Ich habe über eine Woche keine Pakete geöffnet. Mann, ey, ja. Erste Lightning Round geht an dich. Kommt wahrscheinlich nur eine, wäre richtig Ripp für mich. Ja, Freunde! Somit, äh... Ja gut, ist auch Broski-Stream, sag ich mal, ne? Geld, 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 Geld! Muss ich ihn anfeuern da in diesem Stream. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir sehr, sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Ich hoffe, ich sehe euch alle zahlreich am Freitag. Wie gesagt, um 13 Uhr starten wir auf Twitch, bis circa 17 Uhr. Und dann ab 18 Uhr starten wir bei Broski mit dem Duel und gehen danach wieder rüber auf Twitch. Erste Lightning Round Only mit Broski. Zeit für einen Duaal-Stream. So, ich bin raus. Bis Freitag. Tschüss! Tschüss! Helo! Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.